Aloha und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Blackout Club. Guten Tag. Wir schließen einfach ein neues Video an das letzte dran, wo wir sehr gut abgeschnitten haben, ausnahmsweise mal. Und schauen, was uns diesmal wieder für eine Mission erwartet. Genau. Schauen wir mal, ob ich jetzt mal was zum Vorlesen kriege. Ja, bitte. Aber leider kein komischer Name. Na, da ist bestimmt was dabei, oder? Nein. Also, unsere Mission stehlen, die vermisste Drohne finden. Wir wissen nicht, wie oder warum, aber die Bösen stehlen unsere Träume und bringen unsere Gedanken durcheinander. Bales meinte, dass sie auch Sachen aus unseren Zimmern mitnehmen. Persönliche Dinge, mit deren Hilfe sie uns mit ihren gruseligen Maschinen, Gehirnwäschern verpassen können. Heute nach holen wir uns was zurück. Oh, yeah. Ja. Weil ich nicht gespannt habe, dass mein Mikro noch ewig weit vom Mund weg war. Und ich jetzt versucht habe, das ganz unaffällig beim Wesen zu meinem Mund zu schieben. Okay. Es gibt keine Kiste hier. Äh. Gut. Das war wohl aber nicht ganz so unauffällig, ne? Ne. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt lachen müsste, weil ich wahrscheinlich so dumm geschaut habe und dann hier, ja. Okay. Also, dann wissen wir zumindest auch, wie wir diese Dinger hier ausschalten können, ne? Yes. Mit einer Schaumgrenade. Gehen wir hier gleich mal rein, wenn wir schon da sind. Yes. Turn all the lights on. Ich gehe in die andere Richtung. Irgendwie hatten wir nur drei Bonusbeweise. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr hatten. Uhu. Öh. Öh. Ich gebe dir gleich Öh. Da drehe ich ja gleich wieder rum. Was? Ach ja, weil... Deine Bitches. Da ist eine Stolperdrahtfalle. Okay, Vorsicht, es kommt einer in deine Richtung. Okay. Ne, du warst jetzt schon wieder weg. Ist Richtung Trapper ist sie gegangen. Ich hab sie angerufen. Don't call me up. Also, ich bin draußen. Ja, Happy Birthday. Ich muss ja noch die Kiste holen, da. Kommt sie wieder zu mir? Oh no. Piss dich. Ach, widerlich, dieses Clowns-Zimmer. Also, I don't like that. Okay. Wann nicht mal auf dem Bett auch ein Bonusbeweis? Ja, aber die sind ja immer woanders. Okay. Dann schaue ich, dass ich zu dir komme ohne... Ich bin einfach beim Pfingster raus. Ja, verpiss dich doch. Okay. Bist du unterwegs? Yes. Ui. Runnin', 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 runnin'. Ui. Ja, man kann doch einfach die Tür aufmachen, ne? Könnte man. Äh? Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Das hat sich angehen wie so ein Shoahs. Ne. Mund zu. Meine ist schon wieder auf. Meiner war auch gerade auf. Ja, dann bin ich ja froh. Okay, balanciere jetzt hier am Zahn entlaut. Ich weiß es nicht. Hast du das? Okay, da ist keine Kirchstelle. Es ist einer drin, auf jeden Fall. Okay. So wenig Kissen. Uh. Irgendwie schon, gell? Okay. Okay. Wie sollen wir bitte da hochkommen? Da war doch jetzt kein Treppen noch rum, oder? Ne. Du rennst am Bonusbeweis vorbei? Okay. Der Ernst? Ja. Wie soll das funktionieren? Die vermisste Drohne. Musst du die vielleicht mit deiner Kraft irgendwie machen? Also mit deiner? Ne, die liegt da oben. Hätte man vielleicht auch für diesen anderen Helden Gegenstand braucht, aber das gibt's ja nicht. Ne, die können ja nicht davon ausgehen, dass da... Dass man das... Dass man ausgerechnet die nicht mehr dabei hat. Ah, hier, du kommst aufs Dach drauf. Oh. 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 Hast du den Mufo aufgenommen? Naja, ist verhäubert, aber hat nicht so spektakulär ausgeschaut, wie du morgst. Nee. Oh mein Gott. Du musst das reparieren? Mhm. Okay. Okay. Die Drohne... Der Drohne folgen. Ja, wow. Was ist eigentlich das hier? Oh, da müssen wir bestimmt mal ein Feierwerk machen, oder? Hä? Du hast jetzt irgendwas gestanden. Bonuspapiere nehmen. Ja, ah. Das war ein Bonusbeweis, okay. Vorsicht! So, ich krieg jetzt Staschnoppen weg. Jetzt hab ich Olli Knäpf irgendwie vor meinem Druck. Schau mal, die Drohne geht und... Die führt uns zu Olli Bonusbeweise. Oh hell no. Oh hell no. Oh hell no. Shit, was denn? Ja, hallo! Elektroshocker! Thanks. Wow, jetzt hat er mich runtergehauen, ne? Ach, widerlich. Ich wollte doch da aufs Dach hoch. Aber thanks, for your safe. Wir müssen da irgendwie doch hoch. Schau mal, auf dem Dorf ist auch noch ein Bonusbeweis. Ja. Ich schau das... Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich hab einen Bonusbeweis. Ja, ich bin oben. So. Die erste Fackel finden. Befindet sich auf einem Schrein im Labyrinth. Ja, die können wir ja schon, unser XX11. Aber müssen wir jetzt nicht erst nur die Drohne noch und die ganzen Bonusbeweise finden? Wo ist denn unsere Drohne jetzt? Ähm, links von dir. Aber dann würde sie ja angezeigt werden, weil jetzt wird sie ja gar nicht mehr angezeigt. Ich glaub, die muss erst mal repariert werden, ne? Okay, dann schauen wir mal. Dass wir hier... Wahrscheinlich gehen wir bei dem Haus irgendwo runter, oder? Oh. Kommt da wer raus? Ah, du hast auch so eine Falle, okay. Komm her. Oh no. Vor allem sind jetzt beide. Warum sind jetzt beide? Äh. Ew. Wie mach ihn da jetzt auf? Wow. Ich hab einen. Achso. Jetzt. What the fuck? Wieso hab ich jetzt den Körper genommen? Blinden nicht nehmen. Sollen wir noch hochschauen? Yes. Oder waren wir schon drin? Ah ja, du bist schon um. Wow, das war wieder eine schlaue Aussage hier, ne? Yes, da ist schon mehr Kisten. Okay, gib mal was Scheiß. Verband und eine Schaumgranate. Alright, verband brauche ich. Soll ich dich heilen? Lass mich dir mal heilen. Ich muss grad die Errungenschaft... Wie ist das, Gonger? Verband auswählen und dann... Yes. Thanks. Ach, jetzt. Jedes Mal... Tust du mich blöd anmachen? Mach die Taschenlampe aus. Wer? Mein Charakter? Ja. Dick leuchtet dir, dass du was siehst, aber okay. Jetzt schauen wir mal. So, hier geht's dann runter. Aber jetzt haben wir nur ein Garage, oder? Ja, das war jetzt zu schön gewesen. Ja, das heißt, wir müssen hier jetzt leise sein, weil da die Bitch ist, oder? Jetzt schauen wir mal, ob wir da ein paar Kisten mitnehmen können. Da ist keine. Da oben ist... Da oben ist... Da hinten oben ist eine Kimpf. Wenn wir da oben über die Balken gehen... Da oben ist... Blankgranate. Okay. Hey, schau mal, da ist noch vorne. Uh. Da war er noch nie vorne, oder? Also, zumindest kann ich mich nicht... Verbahnt. Perfekt. Dann kann ich mich gleich mal heilen. Und da hinten ist auch noch einer, wo die Drone fliegt. Aber die lass mal. Da schau mal, hier ist gleich eine Drohne. Wenn du soweit bist, dann scheut die's aus, okay? Okay. Jetzt? Ja, ich bin neben dir. Oh, jetzt. Die ist doch jetzt oben, oder? Da, Böller. Ja, widerlich. Natürlich ist die oben. Verbannt. Oh mein Gott! Verdammt. Das war jetzt sehr, äh, unauffällig, ne? Oh mein Gott! Verdammt. Das war jetzt sehr, äh, unauffällig, ne? Ich hab jetzt leider... 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 hier, oder? Die flucht da raus. Da ist noch eine Kiste. Oh. Da hinten ist noch eine. Ach, halt doch dein Maul. Schnell! Schnell! Ich wollte die Kiste noch aufmachen. Hey, das hat ihn jetzt echt abgelenkt, ne? Ja. Ja. Der ist auf mich zugegringt. Ich kann leider nichts aufnehmen. Äh, nichts benutzen. Pardon. Der ist auf mich zugegringt gekommen, dann hab ich die Böller geschmissen und dann ist ein Umdraht vor mir. Girl, awesome! Wie gesagt, wir wären schon noch die Pros hier. Wenn wir nicht zwischendurch dann wieder solche Aussetzer hätten, gell? Ja. Ja, mei. Das wär jetzt nicht langweilig, wenn alles hier immer gleich zu Beginn funktionieren würde, ne? Das ist auf jeden Fall. Und Dietrich, awesome! Uäh! Was? Okay, weil du hier so voll über mich drüber bist. Lass das schauen gehen dann, Adi. Nee. Aber du komm mal vorbei. Mit unserer handy dandy brochure, du wirst lernen, dass du Christen bist. Ah! Oh my gosh! Run! Was? Hast du das gesehen? Wie der jetzt da aus dem... Ja, die Shape da oder die Form ist aus dem Ding rausgegangen. Aus wehem Ding? Komm rein! Oh nee, das ist unten. Oh nein! Oh nein! Ich bin dead! Ja, bei dir so? Ja, die Bitches kamen into me, ne? Jetzt ist sie wieder in den Abgrund gegangen! Der Ernst? Vor mir! Oh my gosh, das hab ich noch nie gesehen! Jetzt hast du Glück gehabt, dass du die Facklea schon weggelegt hast, gell? Ja, wobei ich vor ihm die Taschenlampe angemacht hatte, aus Versehen. Ist jemand bei dir? Ja, ich geh jetzt zu einem anderen. Ja, wow. Pardon, und ich geh zu der Falle. Girl, what you doing? I don't know. Oh, ich bin auf Pokémon-Jagd mit Pokémon. Wieso rennst du von mir weg? Ja, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, dass du von mir weggerannt bist, ne? Ich möchte das nicht. Oh. I'm sorry. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Thank you, thank you. Womit habe ich das jetzt verdient? Rennen wir. Come on. Are you sure? Nee, eigentlich nicht. Oh no. Nee, was weiß ich, da ist einer. Wo? Da vorne. Vielleicht würde ich gleich wieder... Oh. Oh. Was? Shit. Kommen wir da durch? Ah ja. Yes, das war ja da, wo wir gerade vorbei sind, ne? Shit, so leihen. Oh, Vorsicht. Mein Gott. Jetzt war ich aber schnell unterwegs, ne? Der ist, hier ist praktisch das Ding aufgegangen, der Typ ist wieder rein. In dieses, in diesen Schacht. Und da ist der auch rausgekommen. Jetzt wissen wir jetzt wenigstens, wofür das ist. Widerlich. Jetzt wissen wir, wofür. Ach, jetzt ist da wieder so'n Scheiß. Ich kann es. I just wanna live. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee. Bist du blöd, echt? Ich schacke dich, du bist gespannt. Wahrscheinlich wird jemanden sitzen da oben, oder? Komm schon! schon viele bonus beweise gab es jetzt so viele bonus beweise in dem level aber wir sind wieder ermittler und keine junior ermittler ist 9 und 10 zugefügt sehr gut ja dann würde ich sagen wird es mir gleich die chance ja ich bin jetzt keiner voller adrenaline aber hey wir haben es geschafft die mission haben die frucht zwerge erfolgreich beendet ja so soll doch seine eigentlich schon fertigkeitspunkt verdient neue labyrinth gebiete neue missionen verfügbar neue bedrohung wir werden vielleicht in der nächsten schon erfahren ich würde jetzt mal sagen wir wünschen euch noch einen schönen abend und sehen uns dann bestimmt bald wieder genau in der nächsten folge wo wir die neue bedrohung vielleicht wir begegnen schauen wir mal also dann bis zum nächsten mal adios